so und willkommen zum video datenbrowser im kingspeak 3 nutzen und icons hochladen kurz erklärt gibt es relativ schnell auf den gewünschten channel den man sich auswählt im Willkommenschannel würde ich das nicht unbedingt machen aber so in anderen chanels oder so zu WFD zum beispiel dass man das in seinem Clanschannel dann macht oder im Iconserver von teamspeak 3 bei niemand wenn man da einen gesponsert bekommen hat von uns kann man da das auch tun einfach rechten mausklick datenbrowser öffnen und dann den reiter mit dem pfeil nach oben dann suchen wir uns eine gewünschte datei aus und laden diese dann einfach hoch das ist von minecraft einbild was wir da mal gemacht hatten laden wir einfach mal hoch man sieht sofort hochgeladen ist fertig dann können wir das ganze aufräumen damit wir nachher nicht das thema haben das wir 20 sachen drin stehen haben das schon das bild wenn ich wieder runterladen will hat es runtergeladen schließen wir das wieder und sehen hier dann unser bild das ist zum thema datenbrowser nutzen bei uns bei ds3 niemand.de kann man Daten so groß wie man möchte hochladen die festplatte ist auf 2 terabyte begrenzt und wenn das dann irgendwann mal erreicht ist dann ist dann aber auch erstmal Schluss bzw. mit aufgeräumt werden das war soviel zum thema datenbrowser jetzt haben wir noch das thema icons zu dem thema einfach wenn man icons hoch herunterladen möchte kann man das ganz normal tun wenn man seinem channel zb das icon ändern möchte kann man einfach rechten mausklick und channel editieren und dann geht man hier einfach auf icon ändern zum beispiel bei uns sind jetzt schon viele viele icons hochgeladen die sind auch bei jedem ds3 bei niemand server dann mit automatisch integriert man kann selber natürlich auch noch mehr hochladen wird kein problem wir nehmen jetzt einfach mal das kleine icon von ds3 niemand und dann können wir das hier anwenden wie wir sehen es hat auch geklappt so wenn wir jetzt da icons hoch und runterladen möchten in dem fall nur hochladen runterladen geht ja nicht wir können sie maximal nutzen klicken einfach hochladen und dann bekommen wir schon unser ladefenster wo wir dann auswählen können was für ein icon wollen wir denn dann haben wir ganz normal hier den reiter wo wir sagen können wo wollen wir hin oder hier wo ist die datei gespeichert wichtig ist nur dass wir darauf achten dass die datei pmb gif jpeg und dergleichen also png geht auch noch nehmen als bildformat und dass die datei nicht größer ist wie 16x16 wie man hier schon sieht die abmessung ist 16x16 das ist wichtig wenn man einen transparenten hintergrund hat ist das auf jeden fall hilfreich im teamspeak dann sieht man den hintergrund ansonsten muss man halt weiß nehmen oder normal für teamspeak weiß es so dass das auch zum thema daten upload download im teamspeak und icons ändern und dabei sag ich bei ein